Seit langem hält sich das Gerücht, dass es egal ist, ob man Daumen runter setzt oder Daumen hoch. Wichtig ist Interaktion. Also der Algorithmus weiß, aha, dieses Video wird angeklickt, kommentiert und was auch immer. Und es wäre vollkommen wurscht, ob Dislike oder Like. So, konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, also habe ich gedacht, jetzt machst du mal den Test. Habe in eure Videos Nummer 60 dazu aufgerufen, ein Dislike zu geben zu diesem Video. Und zwar hatte ich ja sonst immer ungefähr 10.000, 11.000 Likes. Ich wollte dieses Mal 10.000, 11.000 Dislikes haben. Ja, was soll ich sagen? Rufst du zu Dislikes auf, dann wären es fast 40.000. Ich meine, es waren auch 40.000 für ein, zwei Tage. Und dann habe ich irgendwann bekannt gegeben in dem nächsten Video, dass ja die 60 hochgeladen ist und dass ihr den Daumen jetzt meinetwegen wieder zurücknehmen könnt. Denn es wurde kaum durch YouTube verteilt. Ich habe jetzt im Nachhinein auch die 30 Sekunden, die ich da gequatscht habe, ihr sollt es Disliken, rausgeschnitten. Es hält bloß auf und interessiert mittlerweile auch keinen mehr. Aber gucken wir doch mal erste Auswertungen, was ich da reingeschrieben habe. Nach neun Stunden hatte das Video 47.000 Aufrufe mit 23.000 Dislikes. Normalerweise sind es nach dieser Zeit 95.000 Aufrufe bis zu 130.000 Aufrufe, sagt mir die YouTube-Statistik. Das bedeutet 57% weniger Aufrufe als sonst. So, nächster. Nach 20 Stunden hatte ich 60.000 Aufrufe. Normal sind um diese Zeit 150.000 Aufrufe und ich hatte 28.000 Dislikes. Nach einem Tag und 20 Stunden waren es 72.000 Aufrufe erst, aber 31.000 Dislikes. Und normal wären um diese Zeit 180.000 Aufrufe. Bei dieser Statistik kann man es besonders gut sehen. Da oben der hellgraue Bereich, das ist der Bereich, wo normalerweise meine Videos liegen. Und der blaue Strich hier, das ist natürlich eure Videos 60. Das schlechte Video. So, nach vier Tagen habe ich dann Video 61 hochgeladen und da habe ich dann darauf hingewiesen, dass es die 60 gibt. Die wurde den Leuten ja nicht vorgeschlagen, die haben es ja gar nicht mitgekriegt. So, und da kann man in der vier sehen, da geht nochmal ein deutlicher Knick nach oben, wo die Leute dann gemerkt haben, was, die 60 ist draußen? Hat mir YouTube ja gar nicht erzählt. Nö, hat es auch nicht. Das Einzige, was da helfen würde, wäre der Knopf zum Abonnieren. Abonnieren drücken, auf die Glocke drücken und auf alle Benachrichtigungen gehen. Und dann kriegt man immer eine E-Mail oder was weiß ich. Und wenn man das nicht möchte, ist es mir auch egal. Ich habe schon immer gesagt, Abonnenten sind nicht so wichtig. Wichtig sind die Aufrufe. Also diese mehr von wegen, egal was man drückt, Hauptsache es wird gedrückt, das ist damit raus. Das ist komplett widerlegt. Wird ein Video derart schlecht bewertet, wie hier zum Beispiel bei mir das mit 3,9% Zustimmung. Sonst haben meine Videos 98%, 96% und so weiter. Also es ist unfassbar. Die Kommentare hingegen, trotz der viel weniger Aufrufe, hatte ich viel, viel mehr Kommentare. Und man sieht es ja auch jetzt. Ich habe, das oberste Video können wir jetzt nicht unbedingt nehmen als Maß, das ist erst 24 Stunden draußen. Aber die anderen Videos haben eigentlich immer so 1000 Kommentare oder noch mehr. Dieses Videos Nummer 60, das Dislike Video, hatte schon nach kurzer Zeit zig hunderte Kommentare. Weil sie alle gesagt haben, alter Schwede, was für ein Test, wie kommt man auf so eine blöde Idee. So, jetzt wissen wir es genau. Man kann also einem YouTuber in dem Sinne schaden, indem man den Daumen runtersetzt. Gut, 10, 20, 50 oder 100 machen den Brat nicht fett, wenn du 1000 oder noch mehr positive Daumen dagegen hast. Trotzdem hat mich diese Verteilung stark an diese nicht monetarisierten Videos erinnert. Ich habe ja auch ein paar Videos, wo YouTube gesagt hat, was, hier willst du Werbung schalten? Nein, viel zu gefährlich das Video, nicht werbefreundlich. Diese Videos, die nicht werbefreundlich sind, schlägt YouTube auch nicht vor. Weil, warum auch, ne? Wenn es die Auswahl hat zwischen einem werbefreundlichen Video und einem nicht werbefreundlichen Video, warum sollte YouTube ein nicht werbefreundliches Video vorschlagen? Trotz positiv-Star-Antworten, beziehungsweise Daumen. Warum sollen sie es machen? Mit dem einen verdient YouTube Geld, mit dem anderen verdient YouTube kein Geld. Also schlagen sie so eine Videos nicht vor. Was soll ich dazu sagen? Das war das, mehr fällt mir dazu nicht ein. Jetzt würde ich euch noch ein paar, weil wir einmal dabei sind, sonstige Kanalstatistiken präsentieren. Dieser Kanal hat in dem halben Jahr, den er jetzt existiert, 15,4 Millionen Aufrufe erhalten. Ist natürlich auch einfach, wenn man einen neuen Kanal erstellt und schon zig Abonnenten von einem alten Kanal mit rüberbringt, ne? So, Abonnenten haben wir aktuell 85.000. Von diesen 15,4 Millionen Aufrufe sind 78% ohne Abo unterwegs und 22% haben ein Abo auf diesem Kanal. Meine Zuschauer sind nur zu 10% weiblich und zu 90% männlich. Und hier kann man schön sehen, dass YouTube nicht nur für Kinder ist. Denn es geht erst ab 18 los. Von 18 bis 44 Jahre ist meine Hauptzielgruppe, kann man so sagen. Interessant, oder? Ich finde es interessant. Und weil sich ja immer wieder welche aufregen, wenn ich in den Videos zoome, ja, es gibt für alles ein Thema, wo sich jemand aufregt, dem kann ich nur sagen, hier gucken fast 60% aller Zuschauer mit dem Handy. Und wenn ich da dann nicht zoomen würde, würden die auf dem kleinen Fitzel-Handy-Bildschirm nichts erkennen. Also, ich finde es gruselig. Ich würde nie mit dem Handy gucken. Man erkennt ja kaum was. Aber 23% mit dem Computer und dann tatsächlich ein paar am großen TV und so weiter, Tablet und direkt über die Spielkonsole. Interessant, ne? Und dann finde ich noch immer interessant, was die Leute eingeben, um auf meinen Kanal zu kommen. Mit euren Videos, ist klar, 27% haben es begriffen, wie der Kanal heißt. Andere kommen dann über Dashcam, über Vernünftig und so weiter. Ganz unten ist irgendwo noch einer Fahrvernünftig. Du kommst sogar mit einem Rechtschreibfehler zu mir. Schlüsse auf der Autobahn, eins der Lieblingsvideo, genauso wie betrunkener LKW-Fahrer. Das ist etwas weiter unten, kommt der auch noch. Also, auch damit kommen viele denn zu mir. Zu guter Letzt dann noch die Aufrufe der Länder. Deutschland natürlich, deutsche Sprache, deutscher Kanal. Da kommt natürlich Österreich, Schweiz auch dazu. Auch die Niederlande, da sprechen sehr viele Deutsch. Das habe ich aus meiner LKW-Zeit auch mitgekriegt. Und, naja, so geht es dann immer weiter runter. Und manche schreiben ja auch, ich habe keine Ahnung, auf Englisch kommentieren die dann. Ich habe keine Ahnung, was der Typ da erzählt, aber ich finde es gut. Schön. Ja, das soll es gewesen sein. Nein, meine Umsätze werde ich nicht hier erzählen. Aber ich verdiene gutes Taschengeld damit, wirklich. Aber ich sitze ja auch verdammt viele Stunden da dran. Also, das muss ich natürlich auch sagen. Es ist extrem, extrem zeitaufwendig, dieses Verpixeln. Vorher die ganzen Videos raussuchen. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage nach der Einsendepause, ich glaube, ich habe 60, 70 E-Mails mit doppelt so vielen Videos, weil sie alle zwei schicken, gekriegt. Die muss ich runterladen mit meiner Alarmenleitung. Die muss ich durchsortieren, löschen. Mittlerweile antworte ich euch, wenn einer das Video, wenn ich das Video nicht nehme, dann kann er es nämlich einem anderen schicken und so weiter. Das wäre aber ein extra Thema, das alles zu erzählen. Aber glaubt mir eins, es macht viel Arbeit. Wer sagt, es ist nur ein paar Clips hintereinander klatschen, der hat null Ahnung. Null Ahnung hat er davon. So. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zusehen, falls es euch interessiert hat. Ich finde Statistik immer mal interessant. Ich gucke da gerne mal rein. Ähm. Alle halbe Jahr. Aber ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Scheiße, jetzt ist das Video nur acht Minuten lang. Ab zehn Minuten kann ich doch erst weitere Werbungs einbauen, um noch mehr Geld zu verdienen. Es gibt tatsächlich Leute, wusstet ihr das? Die lassen noch zwei Minuten lang oder so einfach nur schwarzes Bild laufen. Ohne Ton, ohne was oder wie. Einfach nur, damit sie über die zehn Minuten Grenze kommen, damit sie mehr Werbung schalten können. Ja, wusstet ihr das? Damals habe ich ja angefangen, bei meinem LKW-Kanal irgendwann zu sagen, zehn Minuten. Das ist ja schon so lange her. Ich mache zehn Minuten Werbung, weil YouTube gesagt hatte, Leute, macht zehn Minuten Werbung. Keiner guckt länger als zehn Minuten Videos. War eine YouTube-Empfehlung. Und dann haben sie irgendwann auf diese zehn Minuten diese Grenze gesetzt, dass man ab da mehr Werbung machen kann. Naja, ich war ja sowieso schon immer auf der Zehn-Minuten-Grenze. Aber wenn du sowas machst, sagst, zehn Minuten Videos, länger guckt sich kein Schwein an. Und dann, ich sehe es ja auch an der Zuschauerbindung, hätte ich auch noch als Statistik einbauen können, dass man dann sieht, dass am Ende die Zuschauer wegbrechen. Umso länger das Video wird, zum Schluss guckt kein Schwein mehr zu. Die Leute laufen weg. Deswegen zehn Minuten, elf Minuten, ideales Maß für Videos. Natürlich musst du dir dann auch immer anhören, dass du die zehn Minuten nur knackst, damit du mehr Werbung schalten kannst. Aber, weißt du was, das juckt einen irgendwann natürlich nicht mehr. Also wenn einen das ewig beschäftigt, dann ist man auch bei YouTube falsch. Ja, Mensch, donnerwetter. Wieder ganz schön viel krummgesülzt hier am Ende. Gehört hier gar nicht hin. Viele haben eh schon ausgemacht. Falls ihr doch noch da seid, selber schuld. Was hört ihr euch dieses dumme Gesülze auch an? So, jetzt aber wirklich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.